Yo Leute, zurück bei Red Faction und es geht weiter! Auf dem Kahn fahren! Jawohl, Mama! Na, das Schiff sollte ich nicht anschießen. Okay, hier bricht schon alles zusammen so ein bisschen. Das geht schon kaputt dadurch. Ja, komm, geh down, du scheiß Vieh. Das war doch schon mal ganz gut, oder nicht? Was ist denn jetzt wieder? Einfach so auf alles schießen, Hauptsache man macht was kaputt. Oh, du bist wunderschön, du kennst das? Ich spreche über was, was du überhaupt nicht träumen könntest. Was geht denn jetzt ab? Ist das jetzt so eine typische Station von wir schießen, 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 müssen raus, müssen Schalter betätigen? Das ist ja voll der Kack. Man merkt, dass die Entwickler auch hier tatsächlich noch was strecken wollten. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ach, scheiße. Kommt ruhig, kommt ruhig. Ah, ich glaube, wir haben das Zeug fertig, da diesen einen Auftrag. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir... Geht das? Na, wie geht's nicht? Dann machen wir den hier. Müssen wir halt die Treppe wieder herstellen. Auch nicht so schlimm. Abflug. Ach ja, komm, was ist das denn? Jetzt macht mein Nahkampfangriff hier schon alles kaputt. Wir sind einfach zu übermächtig. Ah, da. Tschüss. Nochmal kurz hier. Was ist denn? Luftjahrung. Yo, ein Prozent. Ich bin down. Loll. Okay, geheilt. Ah, komm, reparier alles. Danke. Du nervst, Vieh. Hier sind überall diese Barschrottdinger, aber... Ich nehme die jetzt mal nicht auf. Hier liegt... Naja, Granatwerfer. Beziehungsweise, das ist ja dieser Granatwerfer, der... Ähm... Ha, du Idiot. Der den Gegenständen nichts anhat. Ach, hier ist ein Nest gewesen. Abflug... Können wir hier nicht den Boden zerstören? Wohl nicht. Ist da was? Hier kopfst du mich gerade an, das Vieh. Können wir hier dran? Ja, und wir haben zu wenig. Okay, das heißt... Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, dass wir jetzt zurückgehen und uns die ganzen Energiedinger hier holen. Und dann vielleicht mal auf mehr kommen. Ui, auf 40 reduziert. Das ist ein bisschen... Ein bisschen happig ist das ja schon. Aber okay. Solange wir noch hier nicht überall runterfallen, geht das. Ich gucke gerade mal, was wir noch haben. Na, nehmen wir Sniper. Vielleicht kommen wir ja nochmal zurück, was ich nicht glaube. Was war das hier? Ah, okay. Hier sind noch Punkte. Ja, wir haben genug. Okay, genau. Jetzt kommen wir... Ähm... Zum letzten... Also, was heißt letztes? Sollen wir vielleicht das mit der Schutzhülle kaufen? Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Aber hier kriegen wir wohl schneller diese Energie wieder. Hm. Na komm, wir nehmen erstmal das Schutzschild. Weil wir ja gemerkt haben, also ich jedenfalls, äh, das jetzt zum Schluss... Oder was heißt Schluss? Ich sag immer, zum Schluss, aber... Jetzt hat mein Handy gerade übel hart vibriert. Äh, ich weiß ja gar nicht, ob jetzt bald hier Schluss ist. Ich weiß ja nur... Auf jeden Fall, ähm... Was geht hier ab, Alter? Jo, Handy, chill mal dein Leben! Das ist voll laut auf meinem... Das hört sich bestimmt jetzt an in der Aufnahme, als würde ich hier übel rumfurzen, aber nein. Es ist tatsächlich mein Handy. Ähm... Abflug. Du stinkst, Junge! Du bist unsichtbar und fällst in die Labe. Hä? Kannst du's wagen? Ach so. Der kommt hier hingefahren, natürlich. Das Geschützbemann. Haben wir das bis jetzt schon mal gebraucht? Also nicht so krass, oder? Wir müssen auf jeden Fall kaputt machen. Jetzt sind hier Gegner. Auf jeden Fall! Sie werden das nicht einfach machen. Schau sie auf den Barsch! Ey, wenn wir das rechtzeitig runterfallen lassen, dann fällt das Teil auf unser Schiff drauf. So! Jetzt muss ich theoretisch ja nur noch loskommen von diesem Geschütz, aber leider geht das nicht. Gott! Was? Hier ist so ein Dicker! Ah, da ist wieder was zum Einsacken. Points, points, points. Ja, Jungen! Ist okay! Shit, shit, shit! Gibt's... Gebt mir die jetzt her! Okay! Können die nicht einfach alle so gleichzeitig in die Lava springen? Das würde es mir viel einfacher machen. Ich kann jetzt hier auch kein Kraftfeld machen, haben wir richtig gut verbessert auf jeden Fall. Das Dickerschen hier, ne? Das könnte ja auch mal in die Lava fallen. Immer noch nicht. Was ist denn los? Jo, jetzt ist der Dicke explodiert. Ach, hier! Mach mal kaputt. Mann, 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 also... Das ist nicht so einfach, wie es hier gerade aussieht. Vor allem, man kann sich ja auch nirgendwo schützen. Das finde ich gerade ziemlich dumm. Und hier ist so viel Energie. Ich will das einher sammeln. Ich sag immer Energie, aber das ist ja Barschrott. Im Grunde liegt da Müll. Darius, ist das Magma gesammelt? Ich bin fast in dem Tunnel. Kara, du bist aufgelöst. Kara? Wenn sie da kommt, bevor wir gehen, wird sie getrapt. Ich weiß. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, dass wir das kaputt gemacht haben. Aha. Ja, mit dem Zeug. Krass, 240. Was muss ich denn jetzt wieder machen? Das ist so kacke, dass ich jetzt die ganze Zeit hier hin und her latschen muss und dann für den die scheiß Arbeit machen muss. Hier, komm mal, flug. Haben wir wieder? Nee, haben wir nicht. Ich dachte gerade, wir hätten vielleicht schon genug Punkte. Hatten wir dann aber doch nicht. Hau ab! Idiot. Wir versuchen uns mal ein bisschen zu beeilen, damit diese, ja, fast schon langweiligen Passagen mit den Wir müssen die Wellen hier beseitigen vorbei sind. Ach, das ist so ein dicker. Den wir ja zum Glück auch zurückwerfen können. Abflug, du stinkst und bist dick und äh. Ne, genau. Das hier können wir schon mal nicht reparieren. Auch geil. Schießt doch dieses Ding ab, Mensch. Better hurry. Ich habe die Kontrollen. Gehe nach dem Lock. Lava. Hat das das gemacht? Ja, die Tür ist örtlich. Let's go. So, ab geht er. Und wieder an den Geschützturm. Mann, Mann, Mann. Hoffentlich ist das gleich mal zu Ende, weil das ist jetzt, das ist echt nur noch Strecken. Selbst wenn das Spiel jetzt noch nicht vorbei ist, oder noch nicht lange, ist das trotzdem übelste Strecken. Nein. Kara, wir sind fast da. Kara? Und Strecken ist nie gut bei einem Spiel, glaubt mir. Was ist passiert? Die Kugel ist nicht örtlich. Wir sind verstanden. Wir haben nicht Zeit für das. Kara ist auf uns. Na, du hast einen Plan? Sorda? Häng mal. Einen Weg freimachen. Also dauert diese Route doch noch was länger. Ach, schade. Hä, was ist denn hier noch, bitte? Können wir nicht absteigen? Das würde viel besser funktionieren. Das ist schon ein kleiner Idiot, oder? Ich schieße, ja. Ich schieße. Ich schieße. Warum hält denn der Typ auch nicht an? Komm, jetzt. Geh kaputt. Ja, wo ist das? Treffe ich das gerade überhaupt? Ich weiß es nicht. Da ist das Letzte. Treffe ich's. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Und down. Diese Waffe ist aber auch irgendwie kacke. Ich weiß nicht. Da hatten die schon bessere Waffen. Kann's sein, dass ich auf die voll falschen Sachen schieße? Ah, jetzt hier. Was ist denn los? Ja, ja. Komm, sei leise hier. Jetzt kann ich das... Ne, jetzt muss ich darauf schieben. Ach, keine Ahnung. Ich muss das allgemein kaputt machen. Und die Viecher hier, die kotzen mich auch gerade an. Können die mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Ich rotte die aus. Hoffentlich jedenfalls. Katzin. Klopf, klopf. Klopf, 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 klopf. Klopf, 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 klopf. Klopf, klopf, klopf. Klopf, klopf, klopf. Mit Pfeil. Jetzt habe ich kurz überlegt. Mach ich jetzt einen Cut? Na komm, wir gehen mal noch weiter. Ich meine, was sind wir jetzt wieder coolere Waffen am Start haben? Sieht jedenfalls so aus. Aber ich mache eh jetzt gleich einen Cut, weil wir dann die 15 Minuten voll haben. Da gibt es schon echt komische Waffen hier, aber alles ist auch wirklich am Leuchten und so. Es gibt hier, glaube ich, keine Waffe, die nicht mit Energie läuft. Nimm den Leuten den Strom, dann ist es vorbei. Okay. Okay. Ja, komm, versuch's doch. Ich mache hier alles kaputt. Und euch mache ich platt hier. Latsche ich platt. Und tschüss, weg ist das. Die haben ja gar keine Chance, das zu überleben. Man könnte auch theoretisch hier so durchziehen. Ah komm, erstmal hier den Weg freimachen. Wir machen den Weg frei, ne? Komm her. So, herrlich. Herrlich ist das, muss man ja mal sagen. Tschüss. Geh down. Gibt es kein schnelleres Rennen. Rennen vor allem. Schnelleres Vorwärtskommen. Ich mache jetzt, glaube ich, den Cut. Aber irgendwie kann ich gerade nicht aufhören. Ja, müssten wir. Well, wir haben die Altar-Fazilie gefunden. Und wir haben eine Willkommungsparty. Ah komm, das machen wir noch kaputt. Genauso wie diesen Wurm da. Okay. Ach, da ist noch einer, den machen wir auch noch weg. Da sind noch mehr. Die halten mich gerade auf. Das ist das nämlich. Ist der down? Ja, der ist down. Okay, ich mache jetzt kurz den Cut und melde mich gleich zurück. Bis dahin. Und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen. Was ist der überfun come Arpoat? Till Todd, du sehr. B Sco нужен.